Weißt du? Alle haben es immer noch jetzt. Der ist weird. Oh Mann! Welcher Nervige macht die ganze O2-Scheiße. Ich bin das, ich bin das, ich bin der Bacher. Nicht reden, wir können uns nicht hören. Der Bildraum. Ehrlich, der ist gar nicht schlimm. Danny, woher kamst du? So, Willi ist tot, das ist schon mal ganz gut. Eh, Lieber aus. Ich kam. Warte, Danny, woher kamst du? Immer, wenn Willi tot ist. Von Lower Engine für O2. Ich hab dich wieder at mute, du kannst zwei Worte jetzt sagen, um dich zu entschuldigen. Rory, ist das die Leiche-Elektrikel? Ja. Ich glaub, das ist eh die wirklich. Der kam auch oben raus. Ich mach doch nicht mal Elektrik-Elektrikel. Ich bin straight gelaufen, ich bin straight gelaufen. Straight! Ist okay, ist okay, aber ich war es nicht. Straight! Ehrlich, wo bist du, Ehrlich? Ganz kurz, ich bin Cafeteria, aber ich war Reactor. Ich war vorher Reactor und bin dann hochgelaufen. Also, ich war atmen und dann... Da ist jemand gewendet, von Elektrik zum Mad Bay und dann kamst du da... Nein, ich bin Reactor, ich bin Reactor. Ich bin vom Reactor oben langgelaufen. Ja. Ja. Ich mach nicht 3-Kids-Elektrikel. Ich kann mich gar nicht genau sagen, was ich gemacht habe. Ich war die ganze Runde vor Mad Bay. Ich hab den Corel Classic gemacht, aber da kam keiner. Und dann bin ich zum Alarm geraten nach O2, wollte wieder zurück und da war Ehrlich. Ja, man könnte ja auch grober sein, ne? Mad Bay, Mads, Reinder und dann... Okay, ich sage, dass ich da... Du denkst doch nicht... Sager! Du denkst doch nicht... Ja, komm, Alter. Okay, ich meine... Im Ende, dann Grease of Sagan, nur lieber und ich danke für den Prime. Danke, 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 danke. Ich bin Reactor, hab das lange Tasks gemacht und dann Cafeteria oben langgelaufen. Wenn man jetzt einfach Elektrik gegen Kiln macht, ist man so... Ist man Sass oder wie? Ihr dürft euch nicht verarschen. Ich würde mich eh nicht jetzt mehr beleidigen, wenn ich jetzt fast... Nein, weil ich schon so lange hier gespielt habe und schon lange losgelassen habe. Ich glaube, da würde ich meine Mutter beleidigen jetzt. Nein, so... Ich beleidige keine Mütter. Auf Mutter geht ja keiner, ist ehrlich. Also ich würde das schon machen. Ich würde das schon machen, ja? Hey, Rehvi, da zweifelt keiner dran. Die Tür wurde auch hinter mir zugemacht, als ich rein bin. Was? Sag mal Ruchen so, Rehvi. Ugo, wir sind ein Family Friendly. Ugo, wir sind Family Friendly. Sorry, sorry, sorry. Ja, danke, danke. Jetzt bei mir im Stream ein großes Case Opening. Schau mal schnell! Schau schnell! Schau schnell mein Stream rein! Wichtig, wichtig! Gehleube. Gold ist gewollt, Gold! War nicht in die Edie. Also Jungs, nee, will Talks. Will Talks, Will Talks, Will Talks, Will Talks. Will Talks. Also sowieso kann ich auch nur als Mates uns nicht mitspielen. Egal was passiert, wenn Elektrikin mit Spiel gemacht wird, wenn Willi gekept wird, wenn O2 an ist, also es macht überhaupt kein Bock so. ich werde wieder da umgebracht okay dann machen wir es so alles auch manchmal die tür zu und dann ist jemand wahrscheinlich gewendet nach elektrik wir sind zwei leute vorbeikommen und wenn ich sterbe ist es elie und elie kommt jetzt gerade von elektrik heraus zu sehen also entweder ist es jetzt wirklich dumm gelaufen und der imposter gemacht oder es macht wirklich kein bock so es macht wirklich kein bock so ich bin elektrik heruntergelaufen mit revie zusammen und dann bin ich mit vier leuten nach oben gelaufen da ist ja das ding dass das wollen wir sagen kann ich wenden und dann sofort tür zu machen das funktioniert auch das stimmt nicht das stimmt nicht erst zu machen ich bin so lange ich bin schockiert dass ihr das hier wirklich so krass verarschen dass also realtalk jetzt ist es und beide sind mir entgegen gekommen also hier sind noch zwei hier sind noch links nicht gut über links ist ja wir führen ich denke ich kenne wenn er sagt wenn ich eine stelle einfach heute wirklich ist kann das nicht okay dann bin ich jetzt reise was macht über den lines und auf viel zu lange ich muss also jungs ich bin immer noch von letzter runde schockiert das nicht in schutz nimmt ist geisteskrank ich kann das nicht verstehen ich kann das nicht verstehen jungen jungs sind sieben ich glaube ich habe vorbein aufgestoppt wer war es denn wer war es denn wer war es denn was für sass wir verstehen nicht ihr schreit nur rum ja eben also jungs du bist weil wenn gut schreit ist das nicht wenn der immer so schreit ist das nicht koral Ich hab Hugo gewotet, bin ich ehrlich. Oh mein Gott. Wer hat Danny gewotet? Dir. Ja, Hugo halt, ne? Hallo, hä? Hugo ist es halt. Oh mein Gott. Nein! Schlafen. Es reicht wirklich. Ja, aber dann hätten es beide Imposter, hätten dann Danny gewotet. Es hat nur einer. Hugo, weg vom Licht. Hugo, weg vom Licht. Hey, Digga, es ist so. Es ist Willi. Pisa, jetzt, warum hört denn keiner auf mich? Ja, boshu ni yashu. Boshu moi. Takki, duraki. Oh, oh. Alter, Eli, bleib mir fern. Ehrlich, bleib mir fern. Gottes Willen. Ah! Bitte! Ich hab so Angst vor ihm. 1, 7, 0, 3, 1, 7. So, jetzt reicht's. Es ist Danny. Es ist zuhundertprozentig. Warum? Bruder, es klingt doof, aber ich glaube ihm entdeckt. Er ist nicht mehr heißen, war aufs Hass. Ja, ja, Rial, ich hab da, ich hab da, ich hab irgendwie, also ich muss sagen. Lass mich, 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 lass mich. Sag, huu. Letzte Runde elektricul, vor mein Auge, hier war gestorben, ich hab nur Danny gesehen. Diese Runde elektricul, ich geh gerade raus, die Tür geht zu und er war auch mit mir in den Raum. Und dann bin ich zu Camps hochgegangen und er kommt auf einmal von diesem, wie heißt das, Mad Bay. Kommt der, aber ist er gewendet. Wie heißt das? Was? Digga, ich bin nicht, Digga, ist das Geistrad. Oh, tu geht an. Zu 100%? Ich wollte auschecken, ob Aldous an den Camps stirbt. Warte so extra ein bisschen. Gehe da halt über Cafeteria hin. Und jetzt macht er ein Security-Vote. Digga, halt, ich rede mal. Hugo, nein, nein, doch. Hugo, du hast mich, du musst verstehen. Du musst verstehen, Hugo, wir müssen jetzt warten, ne? Wegen dir. Hätte mich eben eines Tages hast vor den, vor Elektricul, killt er ein? Ach, bitte, ich, also, das ist, ah, komm. Ich glaube, Hugo. Real Talk, irgendwie. Leute, Leute. Wir sind beide so eine Holzköpfe, Real Talk. Einer schreibt mehr als der andere. Ich weiß nicht, wie ich schlafen soll. Redeball! Redeball! Ja, aber das ist Emergency. Wir müssen... Piss jetzt, Redeball. Yes. Ich habe richtig Angst. Ich bin die ganze Zeit zu dir gelaufen. Fucking Eli läuft mir das ganze Game schon hinterher. Und die letzte Runde. Der läuft die letzte Runde schon hinterher. Und diese. Ich werde Vertrauen zu gewinnen. Ich werde Vertrauen zu gewinnen. Weil du mich die ganze Zeit Angst hast. Was für immer Vertrauen? Ich laufe voll weg von dir und du läufst mir hinterher. Das ist kein Vertrauen. Ich habe Angst. Ich hätte dich schon 15 Mal killen können. Ich mache das, damit du mich nicht... Nein, ich halte Abstand. Das ist meine einzige Möglichkeit jetzt. Ich bin Crewmate. Ich werde von allen angesasst, obwohl ich gar nichts mache. Seit zwei Runden werde ich nicht angesasst, weil ich mit dir laufe. Also, wenn du... Könnt ihr bitte einfach fucking Hugo rauswählen. Digga, es ist so lächerlich, ne? Es ist Eddie, er hat auch gekillt und ist diese Runde gewendet. Ein Ding, Digga, wollte es viel zu machen. Es ist zu 100% nicht Hugo. Jedes Mal, wenn Hugo so rumschreit, ist es immer nicht Hugo. Der lacht in gewissen Art und dann weißt du, okay, der ist auf jeden Fall ein Poster wie vorhin. Und dann hat er auch so weird gelacht und dann war der Imposter. Heb die Schere, war das falsch? Ey, Mann, jetzt konnte ich keine Aufgaben machen, weil mir Eli die ganze Zeit hinterher gelaufen ist. Und ich so Angst hatte. Weil Eli ist es zu 100% Willis gestorben am Anfang. Ach, Mann, warum denn schon wieder Emergency? So, und jetzt Hugo raus. Einer von beiden war safe. Nein. Hä? Oh, einer von beiden ist es doch safe, Mann. Ich habe gerade Danny gewählt. Jetzt müssen wir Hugo rauswählen. Dann ist eins gegen vier. Nein, das macht gar keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn. Jungs, kann, kann sein, kann sein, Danny war richtig und Eli will jetzt als Danny. Ich habe Danny gewählt. Cora, ich habe Danny gewählt. Das kann ja jeder sagen, ist ja anonym. Nein, ich habe gewählt, bevor die ganzen Leute gesagt haben. Cora, bevor überhaupt diese fünf Stunden. Du kannst auch mich direkt gewählt haben. Egal. Also, ey, Cora, ich glaube auch irgendwie. Nein, ich habe ihn gewählt. Das ist das einzig logische. Hugo ist nicht. Hugo oder Danny ist es. Einer von den beiden war safe. Ich finde das hast. Hugo hört dann an, wenn er lügt. Ja, und er schreit doch so. Ich verzeige dich gerade zu dummer Hurensohn. Aber das habe ich doch ausgesagt. Du Hurensohn. Hugo, du schreist. Wenn du kein Impostor bist, schreist du anders, als wenn du Impostor bist. Das hört man geisteskrank raus. Entschuldig. Hugo ist unschuldig. Ja, auf jeden Fall. Ich habe noch einen Task und da kann ich hinter irgendeinem Huren. Du bist so dumm. Ich habe noch geisteskrank viele Task wegen Eli. Kulitarisierung. Ich rufe Eli, gell. Mann, es ist Hugo oder Drei gewesen. Eldor, ich gehe nach dir. Eldor, ich gehe nach dir. Danny war richtig. Hugo war falsch. Ey, Klaus, Frey. Es ist Evi. Ganz kurz. Eldor, es will du. Ich will dir raus. Kora, Eldor. Es ist das einzig logische, ihn zu wählen. Warum? Eigentlich hat Evi recht. Du, Eldor, lang. Wir müssen dich ein, Hugo. Wir müssen dich ein, Hugo. Es tut mir leid. Aber du hast... Okay, big. Ihr seid so dumm, ne? Ich mache fast und kipp die Gasse bei Isa, okay? Können wir bitte zusammenlaufen, Hugo? Hugo, lass zusammenlaufen. Ich komme mit euch. Ich habe Angst. Ich habe Angst und dann laufe ich die Gasse mit dir. Ich habe so Angst. Nein, es ist voll dumm einfach. Ja, okay, komm. Wir bleiben zusammen. Und jetzt müsst ihr mir vertrauen. Also jetzt ist es glasklar. Glasklare Kette. Wer denn? Ich bin seit 30 Sekunden mit Eldor und mit Koray. Hugo, Isa, einer von den Beinen hat den Kill gemacht. Hugo raus. Einfach mal trust in Evi. Okay, okay, ganz kurz. Mir zu... Nein, Digga, das ist viel zu anstrengend. Isa und ich sind die ganze Zeit... Du bist nur noch drin, weil ich Evi bin in Evi. Hä, Koray, guck mal. Sonst wärst du schon lange raus. Einer von den Beinen ist es. Ich und Isa sind durchgehend zusammengelaufen. Isa, sag was. Wir sind durchgehend zusammengelaufen. Wir sind mit Koray zusammen. Ich habe alle meine Tassen fertig. Nein, wir sind... Isa, war er einmal irgendwo anders. War er einmal irgendwo anders. Ja, aber bei Koray, da hätt ich den noch umbringen können, wenn ich im Forsterberg. Er hat den vorhin gekillt. Eldor, ich glaube, du wirst gleich beleidigt von einem Zettel oder das nicht. Mann, ich würde Eldor gleich rassig ausprobieren. Ich würde gleich rassig ausprobieren. Hä? Lass mich kurz mal was sagen. Nein, wir sind es beide nicht. Legit nicht. Wir sind die ganze Zeit zusammengelaufen. Nichts war er einmal woanders, Isa. Es muss einer von euch beiden sagen. Keiner war einmal... Ich bin eins. Ganz am Anfang war ich ganz kurz beim Code... Habe ich ganz kurz unten geguckt, ob das schon gemacht wurde. Aber da war Revi noch am Leben. Wir sind oft mit Revi... Wir sind zusammen rumgelaufen. Ich melde Redebei an. Ich melde Redebei an. Bitte. Also, ich habe Danny rausgewählt. Diesen Kill kann ich nicht gemacht haben. Isa und Hugo sind jetzt nur noch die beiden. Isa macht keinen Save-Report. Es ist Hugo. Nein, es ist nicht Hugo. Ich habe es an seinem Arsch geklebt. Junge. Es macht keinen Sinn. Ihr seid so dumm. Das ist nicht Hugo, Leute. Ihr seid so dumm. Ihr seid so dumm. Wie seit ich diesen Kill gemacht habe. Eldos. Eldos. Hör mir zu, Eldos. Eldos. Jetzt Retalk. Hör mir zu. Hugo und ich sind die ganze Zeit rumgelaufen. 35 Sekunden mit dir, Eldos. Eldos. Du hast es gesehen. Ihr seid so dumm. Ihr seid so dumm. Nein, es ist nicht... Eli, du bist so fucking sass. Ihr seid so voll Idioten. Eldos. Ihr seid so dumm, Mann. What the fuck? Du musst ihn gesehen haben. Koray, lass zusammen rumlaufen. Er ist es zu 100% Sachschüssers. Wählt ihr, die Russen, die haben gewonnen. Ist egal. Okay, passt. Ich sag es doch. Danke, Bruder. Die ganze Zeit. Ja, ja. Ich habe noch nie in meinem Leben so schnell auf Alarm gecampt. Bis jetzt. Warte, was ist denn jetzt los? Er war die ganze Zeit sass. Er ist mir die ersten zwei Runden 24-7 hinterhergelaufen. Und ich habe Schutz bei... Nein, ich will nicht aus. Was ist denn jetzt los? Eldos, warte mal ganz kurz. Was passiert denn jetzt? Ich weiß nicht, ob es du oder Isa ist. Warum bist du dumm, Eldos? Wer hat dich belohnt? Das ist offiziell die höchste Runde. Warte mal, lass mich mal ganz kurz reden. Lass mich mal ganz kurz reden. Digga, das ist ja anstrengend hier mit euch. Ich, Koray, und dass du auf sie reinfallst. Also, dann war, dann war... Warum auf mich reinfallen? Du bist die ersten zwei... Nein, du bist die ersten zwei Runden mir hinterhergelaufen. Du bist die ersten zwei Runden mir hinterhergelaufen. Ich, lass mich... Digga, du nervst übertrieben. Lass mich doch mal reden. Okay, red. Red. Du... Oder Hugo, musstet gerade den Kill gemacht haben. Und warum warst du's nicht? Du scheißt die ganze Zeit nur rum. Warum warst du's nicht? Weil ich mit Koray und Eldos seit einer Minute rumlaufe. Und Koray, wieso willst du mich überhaupt? Du warst nicht so lange mit uns, Bruder. Du warst nicht so lange mit uns. 40 Sekunden. Nein, we'll talk mal hin. 40 Sekunden, dann 30. Aber das macht keinen Sinn. Dann ist es Isa und Hugo war falsch. Eldos, wähl Isa. Interessant, Koray kann dich nicht die ganze Zeit salven. Boah, ich sag ehrlich. Nein, aber man versucht hier zu reden und man wird komplett unterbrochen die ganze Zeit. Ja, ich hab auch vorhin die ganze Zeit versucht zu reden. Und ihr habt mich unterbrochen. Nein, du schreitst nur die ganze Zeit rum, Digga. Du und Hugo schreit 24-7 rum. Ach du Scheiße. Scheiße. Es ist Isa. Es ist also ohne... Ja. Pass auf auf Corona. Ach du Scheiße. Ich bin fertig mit... Ich brauch noch was, glaub ich. Also Real Talk, Eldos, wenn du das bist, komm ich nach Wien und blast dir ein. Real Talk, Eldos, wenn du das bist, ich blast dir ein. Äh, die sind so dumm. Ich hab doch gesagt, dass er es hasst ist die ganze Zeit. Ich kann das nicht mehr. Eldos, du bist so ein dummes Stück Scheiße. Ihr seid so scheiße. Ihr seid so scheiße. Eine Nummer eins, das Land ist gleich immer der Einzelne. Was, warte, wie war das nochmal? Isa, du nervst. Eldos, ich weiß, ich will nicht übertreiben, Eldos, ich will nicht übertreiben. Aber wie kann denn der Mann von der ersten Runde bis zur letzten Runde sie so durchstribbeln? Seid ihr behindert? Digga, bin ich einfach ein Gespitz. Ich hab die Angst gehalten, oder was ist hier los mit Eldos? Quater, jeder hat gespielt. Macht mich, ich schmecke zickel tot. Macht die Tür zu. Und der ist es immer nur. Geh jetzt los rein. Eldos, halt die Fresse. Ich will ja nichts tun. Ich will ja nichts tun. Ich will ja nichts tun. Was der Fick. Bleib mir selber. Hucho und ich Colin, wir laufen jetzt zusammen rum, weil ich Angst habe vor Eli. Ihr seid so dumm. Ich will ja nichts tun.